Doppel-Lungen-Intubation für Thorakoskopie, Patienten schläft schon, wir warten noch ein bisschen Muskel, das kann wirkt, so lange kann ich es erzählen. Doppel-Lungen-Intubation kann mit dem Bromoskop die Regulatubus führen und anstellen oder, ich würde jetzt mal versuchen, mit dem Bromoskop nur die Lage prüfen. Also, wenn wir Intubation ohne Bromoskop-Initial, dann würden wir zeigen und wenn es möglich, dann würden wir jetzt schon. So, dann für Intubation wie immer, Platzi-Intubation, Mund-Offen, Laryngoskop. So, hier alles gut zu sehen, Tubus. Wir haben jetzt 35 Patienten, es ist nicht so groß, 35 Charrier große, dann passe ich mit dem bronchialen Teil nach oben. Dann gehe ich jetzt so in den bronchialen Teil nach oben, mit Tubus durch die Stimmritzeln. Genau, Tubus jetzt drehen. Dann bitte diese Draht, also jetzt würde ich jetzt 90 Grad der Tubus drehen, 90 Grad. Jetzt diese Führungsstab raus. Raus und dann schiebe ich das jetzt einfach. Und wenn es bronchialen Teil nach links rutscht, von allein nach links. Okay, das ist das erste Mal die Intubation. Jetzt erst mal den hellen Teil. Dann prüfen wir. Dann prüfen wir. Genau, also dann Tracheale sind jetzt auch vollfristet. Bronchial ist blau, Tracheal ist weiß. Wir blocken nur die Tracheale. Und werden wir jetzt uns prüfen, Bromoskopisch, ob das hier drin sind.